Wir stellen Twitch um auf Assetto Corsa. Habe ich. Aufnahme läuft. Und jetzt können wir rüber. Wir schalten um auf die Kitchen. Kitchen must die. Nehmen wir vor noch mal ein paar Pillen, damit ich überlebe. Man weiß ja nie, was heute oder wie heute uns so joint. Und das heißt, wenn Dave eine Woche im Urlaub ist, 50% weniger Tabletten machen. Richtig angenehm, richtig angenehm. Sehr geil. Ist so. Woher weißt du das, Dave? Okay, 18 Uhr muss ich das eine nehmen, okay, okay. Ja, so Action in der Kurve ist schon wichtig. Action in der Kurve ist schon wichtig. So. Was habe ich denn? Eine Tablette habe ich noch hier, die anderen Tabletten sind da. Das Numperl ist da, das Ding ist da. Naja, Temperatur geht ja auch heute, krass. Jetzt muss ich meinen Penis noch verlängern hier. Also die Penisverlängerung kommt auch neben mich. Das Mikrofon testen wir auch noch gleich, wunderbar. Scheint funktionieren. Die Kamera muss ja auch noch gehen, ne? So, Tablet machen wir an. Das andere Mikrofon tue ich mal da zum Laden. Was ich vergessen habe, ist das H-Andy im Wohnzimmer. Moment. 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 So. So. Ich bräuchte irgendwie einen Stuhl rechts von mir. So nicht da hin. So nicht diesen Stuhl. Kommt schon, oder? Kommt da. So eine Wichstücher. Da hin. Da hin. Da hin. Weiß ich nicht, ob ich das da hin tun kann. Kann ich es so machen. So. Hey, was ist die Tür jetzt zugegangen? Was soll das? Was ist die Tür? So. Oh. Oh, du schuld mein? Oh. Hinsetzen, ey. Na gut, na gut, dann gucke ich mal, wenn das in einem Stuhl neben mir ist. Ich möchte eigentlich den Puls irgendwie connecten, aber der ist ja entgegen. Ich weiß noch gar nicht, worauf ich heute Lust habe mit dem Fahren. Mal schauen. Ich wollte heute das mal vielleicht probieren, was Katie gestern gesagt hat. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Muss man ja auch Lust und Geduld dazu haben. So, connecte doch mal mit meiner Uhr, damit wir einen Live-Puls haben, auch wenn wir nur noch 5% Akku haben im Handy. So, Tablet muss auch angemacht werden, zack. Und was steigen wir denn ein? Ja, tun wir mal kurz in den einsteigen, oder? Welche müssen denn McLaren? Warte, machen wir mal Huracan, komm. Ich würde Mclaren wissen, der Mclaren, Mclaren, Mclaren. Oder war das der Huracan? Hier, eins oben, eins drüber, ok. Leider habe ich auch die Schachtel für den Sound vergessen, na gut. Muss ich ihm immer so ein paar Sachen noch aus dem Wohnzimmer holen. So. Jetzt kann ich da hin tun, ok. Was heißt denn bei euch heute Nacht? Musst du noch schlafen vorher, Dave, oder was? Schnellschraubiger ausstecken, dann kann ich hier drehen kurz. Auf jeden Knopf, wo ich drehen kann. Ok, müsste erstmal passen. Ich muss eh noch Lenkrad wechseln für GT3. Pult ist connected, wunderbar. Muss ich hier noch kurz was nehmen. Und dann gehen wir mal kurz eine Runde und wechseln dann gleich Lenkrad. Weil ich fahre doch keinen GT3 mehr Formellenkrad. Was ist denn das? So habe ich denn GT3 Lenkrad. Aber wir machen so einen Scheiß an, ich weiß wie ich meine. Ich bin dabei. So, entspannt hier fahren. Oh. 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 Okay. Fängt ja gut an. Na dann. Trainee Gags auf der Strecke. Bitte. 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 Alle weg. Oh. Was ist denn das Gelänge heute? So. 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 Wie sagt der Dale, wenn der FKK Strand geht, dann braucht er nicht so viel mitnehmen. mach das technisch habe ich schon fertig für heute soweit ich drehe mal ein bisschen entspannt meine runden ich werde nicht kämpfen um etwas ich fahre einfach und ich habe mein gaspedal gestern anders kalibriert ich habe gemerkt ich habe eigentlich immer nur 90 oder 95 prozent gebremst weil ich kann nicht mehr mit meinem fuß drücken und habe es jetzt so eingestellt dass ich wenn ich diese 90 oder 80 prozent bremst ist es jetzt 100 das kann ich halt paar meter später bremsen bis gleich ich bin dabei katie aber ich weiß nicht das mache ich doch nur in irgendwelchen starken kurven ich bin so kleinen ich weiß nicht ob ich das nicht schon immer so ähnlich gemacht habe ich einfach langsam losgelassen hier kommt es gar nicht so unbekannt vor wenn ich selber mache so und ich glaube ich kann mikrofon sogar ein bisschen weiter weg ich habe es laut gestellt hier hier wäre es vielleicht gut gewesen aber nicht so geklappt aber ich spät gebremst da glaube ich und hier ich habe es noch ein bisschen dran dem ... ... ... ... Ich bin auf der Sektor 2x, okay. Das war 151 und 1.9, 63 x quick. Da war es nicht notwendig, da war ich eh sehr langsam. Oh, ich kann mit dem Lenkrad nicht so halten. Mit dem anderen, das geht mit dem nicht. Da war es gut von mir. Wieso komme ich da überhaupt da so raus, verstehe ich nicht? Ja, das ist gut. der Lefer in's High looks a little hard to pull her. Okay, 62 time is good. 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 Ich bin ja am streben und versuche das beste Programm zu bieten, was ich überhaupt kann. Wie immer. Wie geht's bei Ihnen? Das freut mich, das ist schön. Das ist viel wichtiger, dass es euch gut geht. Ja, der Kunde ist König. Ich weiß nicht, wo ich so einen Scheiß gelesen habe, aber irgendwann ist so einen Scheiß gelesen. Keine Ahnung, was es soll. Irgendwo stand, ich dachte auch, jetzt sind Idioten auf der Welt, weißt du? Das wird schon, das wird schon ein bisschen erschöpft. Das ist schwer, die Augen offen zu halten. Da kriegen wir schon hin. Ich bin vor einem Monat auf die Idee gekommen, fahren zu lernen. Jetzt geht's los hier. Jeden Tag üben. Jeden Tag üben. Jeden Tag üben. Ja, kurz Jeden Tag üben. Hast du denn auch was übrig für Racing Confusing oder eher weniger? Das ist ein Wunschläge. Die Reaktion ist wieder geholfen. Ich weiß nicht genau, wie ich jetzt mit dieser 100% Bremse bremsen soll, oder? Ich weiß nicht, wie ich jetzt mit dieser 100% Bremse bremsen soll, aber ich weiß nicht, wie ich jetzt mit dieser 100% Bremse bremsen soll. Also nichts übrig hier für Racing Confusing oder doch? Du bist wieder weg? Okay. 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 So. Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Exit S IM Und sonst können wir sagen, alles klar, was treibst du noch schön ist. Hast du auch was für Simracing übrig oder weniger? Vielen Dank. Das ist getrennt wieder vom Internet. Deswegen. Du bist wieder vom Internet getrennt, hier der Scheiß. WLAN aus, WLAN ein. WLAN ENO mach doch richtig hier ok geht wieder das sind aber handy und sonst können wir sind alles klar wie geht es dir hast du was üblicher für sim racing oder weniger ich glaube ich bin gemütet ja 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 der Gino machte schon auch wenn der Gino nicht mehr geantwortet wird der Gino machte schon ich versuche halt da irgendwie schneller rauszukommen aber es ist irgendwie sehr schwer ja 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 hallo ja 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 Raunen, bitte? Komm rein, schwitzen. Nö, ich bin dann doch ein gemütlich fahren. Ich hab halt keine Kraft zum schwitzen. Ja. Ja. Ja, dann. Ich muss ja nicht. Ich komm mal kurz dazu. Auch mal ein bisschen. Bitte nur kurz. Ja, weiß ich noch. Mal gucken. Ich weiß ja nicht, wie lange du durchhältst. Wenn du jetzt schon ein bisschen einschwitzt. Ich fahr einfach. Mein Job. Und ich will ja auch besser werden. Ich möchte ja auch dieses Grasfahren üben. Wie Profis das machen? Ja, wünschen kann man sich natürlich alles noch. Träumen kann man ihr. Wünschen? Ich weiß ja nicht. Ich hab gestern, ich weiß gar nicht. Ich bin einfach gestern mit einem Porsche rumgefahren. Ich hab die Zeiten geschaut. Ich hab mit dem Porsche identische Zeiten gefahren, wie mit dem McLaren irgendwie. So aus Versehen. Das war doch eh der Worm. Ich kam aber mit dem Porsche auch nicht ran. Aber trotzdem hab ich irgendwann mal 0,2 rausgeholt. Ich fand's da super, dass ich mit beiden Autos identische Zeiten gefahren bin. Nee, weil es geht halt nicht mehr. Das ist aktuell bei mir so das Skillende. Ich merk's halt extrem. Das ist das Skillende. Und ich glaube, dass ich heute nicht viel zu meinem Skill addieren kann. Oh, nee. So, ich hab ein neues Add-on installiert, das sehr cool scheint. Ist das Wort coolig langsam out? Äh, das ist total Baba. Ist das nicht auch schon out? Ich hab keine Ahnung. Kannst du mir doch mit so einem neumodischen Scheiße kommen? Das ist total geil. Ja, das ist ja auch schon out. Ist das nicht Shish oder was ist das? Ja, das ist ja nur. Also, was hast du denn installiert? Substanding heißt das. Wie viel Subs man hat? Ja. Was macht das? Äh, zeig dir Zeiten deiner Mitfahrer an und auch, ähm... Noch mehr Zeit für meinen Mitfahrer? Äh, du kannst dann aber auch dir Zeiten anzeigen lassen, nur von den Fahrern, die auf deine Klasse fahren. Du meinst mein Auto? Auch? Also, wenn du jetzt mit dem Formel-1-Wagen rumfährst, dann find ich halt doof. Ich seh dich immer oben in der Liste als Bestzeitfahrer. Ja, das ist Schmutz. Ja, das sagt ja auch der Crew-Cheap. Das sagt ja die Kacke ist. Ja. Ja. Und, äh, ich mein, das ändert sich natürlich nicht. Der Crew-Cheap wird trotzdem quatschen. Ich stoppe jetzt mal. Aber im Subs man hat gesagt, bitte nur die Zeiten anzeigen von den Leuten, die auch meine Klasse fahren. Substanding 2.2. Ob man meckert, dann konnte man natürlich nicht, dass es 2.3 gibt. Wir sehen noch nicht. Wildes Video mit dem Gras, gell? Ja. So, gestern hat mir Kaley noch ein Video gezeigt von so einer Art Trail-Breaking. Wo man vielleicht dann noch ein bisschen den Skill erhöhen könnte, dass ich hier erfahren. So, bremst und dann schön langsam die Bremse auflösen. Das ist nicht so abrupt, dass man das Auto besser stabilisieren kann. Ich weiß ja nicht, ob du das machst oder ob du schon mal, ob du schon mal drüber geredet hast. Ja, also ich bremse auch sehr vorsichtig. Ja, das mache ich ja bei Formel 1. Und das habe ich am Anfang mit 3 auch gemacht. Aber du kannst halt auf die Eisen steigen und dann schön langsam runtergehen. Also, 100% bremsen, 80, 40 und dann 0. Also ziemlich schnell, aber halt nicht direkt 100, 0. Das mit dem dreckigen Bremsen habe ich mir in GT3 erst angewöhnt. In Formel 1 kannst du nicht so bremsen. Dann musst du ja langsam bremsen. Du hast ja kein ABS, kein TCS, nichts. Und das einfach das langsame Loslassen, der Bremse langsamer, damit das Auto stabilisieren kann es halt. Also anscheinend viel prägen, wenn man es bewusst macht und dann das Unterbewusstsein übergeht. Am Anfang schwer, aber nachher könntest du ruhiger und stabiler fahren. Ich versuche meine Zeit zu verbessern. Aber es ist sehr, sehr schwer, weil der mir jetzt immer mehr ausbricht. Wenn ich, weil ich kann ja nur verbessern, indem ich sauberer fahre oder kurbelschneller fahre. Wenn ich sauberer fahre, naja, das geht halt nur, wenn ich langsamer fahre. Ja. Ja, aber sonst alles gut, nur ein bisschen müde erschöpft. Konnte mich nicht ausruhen. Ich habe ja gemeint, dass ich gestern früher ins Bett gehe. Jetzt habe ich immer so gesagt, 0,20 Uhr Licht aus. Dass ich dann liegen kann, so ein paar, so zehn Stunden. Und gestern zwei Uhr noch Licht an. Obwohl ich dann viel früher aufstehen musste. Also hat nicht so gepasst. Ist ja nicht früh aufgestanden, oder? Doch. Ich war doch um acht Stunden weg. Ist ja nicht früh. Ist ja nicht früh, ist ja schon mit einer Tag. Joa, geht so. Ja. Je nachdem, wann man ins Bett geht. Ich habe nur meine Probleme. Ich habe nur gerade Probleme, die Augen offen zu halten. Weil sie immer zugehen. Ich hoffe bei dieses, dass ich nicht hochkomme. Kennst du das? Du müde bist, dass du nicht hochkommst. Du hast immer diesen gewissen Stand-by-Modus. Aber ich finde es okay, dass es ein bisschen kühler ist. Ich fand es gerade, ich fand es sehr, sehr wild, weil ich so, also so geschwitzt habe oder Fieber hatte, dass es mir ein ganzes Bett nass war. Also ob ich da gebadet hätte. Und sich da immer reinzulegen, war nicht so geil, deswegen frisch gemacht heute. Bringt aber nicht so viel und so lange was. Von mir ist aber jetzt hier nur entspannte 25,4 Grad. Trotzdem ist es mir heiß. Was fährst du für eine Schweinerei? Ich habe nochmal den McLaren. Werde aber gleich auf der Huracan umsteigen. Glaube ich. Noch ein bisschen da rumgespielt gestern mit diesem Setup-Teil, aber es ist halt echt irgendwie... Trieb mich sehr, sehr schwer, dass ich da was Gescheites draus mache. Sag ich dir. Ja, musst du dich mal in Ruhe mit beschäftigen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, muss ich ehrlich sagen. Diese Ruhe, diese innerliche Ruhe und diese Geduld habe ich halt kaum bis gar nicht. Sagst du ehrlich? Aber alles halb so will, den habe ich zumindest eine Ausrede, weißt du? Ich kann das auch aufs Setup schieben. Ja. Dachte ich mir schon, dass es da auf ihn ausläuft. Siehst du? Ich meine, ich fand es bei dem Porsche sehr, sehr geil, aber die anderen fahren sich ja schon so wie der. Nur ein bisschen Sliden, noch ein bisschen Downforce mehr, weiß ich aber nicht genau, wie ich schaffe mit Downforce mehr. Nur ein bisschen, ganz, 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 dass ich die Kurven ein bisschen schneller nehmen kann. Aber, ich muss sagen, all in all fühle ich mich wohl, dass ich hier sitze und fahren kann. Ich wollte gestern gar nicht aufhören. Ich hatte gestern so Lust. Aber sagtest du doch, dass du auch durch bist und... Naja, durch sein und Lust ist so was anderes, ne? Hast du auch auf das Bock noch ein paar Sachen. Und besonders, wenn ich meine letzten Tabletten nehme, bin ich durch. Besonders, wenn ich weiß, dass ich wohin muss oder irgendwas machen muss, dann ist irgendwie so das Unterbewusstsein so, komm. Jetzt hörst du auf, jetzt hörst du auf. Ne, geht noch ein bisschen. Danke, sagt dann der andere. Teufelchen und Englischchen. Teufel links, Englisch rechts. Ja, dann musst du halt auf den richtigen hören. Einfach beide prügeln. Weißt du? Und einfach... Einfach Gino fragen. Ist alles gut. Ich hatte gestern nur noch Lust, aber... Ich musste halt aufhören, weil ich schlafen wollte. Also ich hatte 0,25 Vorsprung und bin mit 0,6 an Ziel gekommen. Minus. Also Rückstand. Bei der Zwischenzeit hatte ich sogar 0,5 Vorsprung. Ich verliere zu viel im dritten Sektor. Ich bin da, glaube ich, nur, sag ich mal, lucky-mäßig durch am ersten Mal probierendes Auto. Aber ich finde, das wird schon passen. Sonst spiegelt halt meinen aktuellen Skill wieder, was ich auch gut so okay finde. Wenn man da an Grenzen stößt. Da muss man noch ein bisschen... Ich finde, ich muss jetzt halt immer mehr üben, um überhaupt weiterzukommen. Von Progress. Jetzt bin ich 0,5 vorne. Letzter, letzter Sektor. Die letzten S-Kurven da. Gar keine Chance. Gar keine Chance mal. Wenn ich den Flügel mehr mache, habe ich da mehr Downforce? Bin ich mir nicht so sicher. Also bei Formel 1 konnte ich das halt immer ganz gut, weil du da den Front und den Heckflügel... Und wenn du da... Jetzt hast du halt nur den Heckflügel und der gibt dir, glaube ich, nur Druck auf die hinteren Räder. Ja, ja, die Hinterrutschen ja weg. Ja, dann... Und ich würde vielleicht die Bremsen ein bisschen nach vorne, weil ich rutsche hinten weg mit leichten Antipsen. Geht denn das? Beim Bremsen rutschst du hinten weg? Beim leichten Anbremsen rutschst du vor das Heck weg. Ich möchte Bremsding ein bisschen mehr nach vorne. Ja, dann... Brake-Bias, ne? Ist... Weil... Ich glaube, das ist was, wo viele immer sagen, das legen die sich aufs Lenkrad. Dass die das bei Bedarf umstellen. Genau, aber es muss ja auch hier sein. Ja, ja, ist auf dem Fall da. Genau. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Es ist 67. Genau, dann stellst du es... Je höher die Prozentzahl ist, desto mehr Bremst der vorne. Okay, dann mache ich mal... 70. Ja, stell mal auf 70. Fang mal klein an. Und guck, ob dir das was bringt. Einmal das Heckding. Noch plus 1, plus auch 70. Also eigentlich bräuchte ich das da. Und guck erstmal, ob die... Achso, das... Jetzt sind doch beide geändert. Zu spät. Aber ich hatte gestern mit diesem... Häck-Sportler schon rumprobiert da. Von 0 und auf 10 ist... Für dich hat kaum Unterschied. Also ich habe von 6 auf 7 jetzt gemacht. Mal gucken. Und ich komme an die Zeit dran. So ist er nicht. Nur ich... Verbessere mich halt bis dahin um 0,6. Und dann verliere ich die Zeit. Wieder. Im letzten Sektor. Und ich würde die gerne mitnehmen. Aber ich finde es interessant, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht mehr so... So geil drauf. Dass ich pushen, pushen, pushen kann. Ich möchte herausfinden, warum und wieso ich es nicht kann. Mehr so auf Forschungsreise gerade. Weißt du? Und es ist für mich auch Progress von Strecke zu Strecke ein bisschen mehr zu probieren. So. Aber geil, Mann. Passt. Läuft. Freue mich. Wird einfach hinsetzen und fahren. Morgen hinsetzen und fahren. Alles klar, Gino. Der Sektor 1 ist quick. Hast du recht. 0,5 schneller als üblich. 0,6 0 schneller als üblich. Okay, Schikane versaut, weil ich die Zeit geschaut habe in die Stadt. Dahin. Wie schlimm, mal kurz antesten. Den Bremsen gerade. Habe ich jetzt in Ruhe. Jetzt anbremsen. Hier ist besser. Ist besser. Ist nicht mehr so viel hinten am Heck. Rutscht auch im Heck nicht mehr. Nicht so anbremsen. Also ich glaube jetzt, es hat was gebracht. Ich wollte, ich muss ja nur kurz antippen, die Bremse, um ein bisschen Kampfer zu verlieren. Und das hat mich sofort in den Schleunern gebracht. Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn man das auf die Shortcut setzt, an gewissen Kurven ist noch zu ändern. Bei gewissen Kurven, gewisse Bremsballons verändern. Okay. Ja, darauf wird es da hinauslaufen, früher oder später. Du zehn Kurven hast, sieben verschiedene Arten von Bremsballons. Oder nicht? Ich glaube nicht. Oder zwei verschiedene Dämme hin und her switcht. Bei gewissen extra Sonderkurven. Sektor 2x, ok. Bei Pin hat er 0,3 an meine Zeit herangekommen. 0,3, 0,2 immer schlechter als meine Zeit. Oh, ich bin noch fern. Fern von meiner Zeit. Ja. Ich kannte im Moment auch. Ich habe immer Zeit. Erste Kurve sogar 0,3 besser. Ist das deine Zeit von gestern? Warst du nicht vor mir eigentlich irgendwie? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe mich mit dem noch gar nicht verbessert. Wieso bin ich jetzt vorne? Das ist doch gar keinen Sinn. Wenn man aus wieder einloggt, ist die Zeit weg. Ne, das ist dann, wenn man eine Runde gefahren hat, die alte Zeit wieder. Ich weiß. Jetzt schimpf doch den Gino nicht dauernd. Weißt du, ich meine? Was ist denn mit dir? Du bist der Gino. Du bist der Gino. Das ist ja das Schlimme. Einfach mal eine Sicherheitsrunde gedreht. Verdammt. Ich habe in den letzten zwei Kurven 0,3 verloren. Verdammt. Ich war 0,5 vorne das letzte zwei Kurven. Passt aber. Passt aber. Also ich komme jetzt mit den Settings einfacher an meine Zeit ran. Weil ich nachvollziehen kann, was ich mache. Und warum ich es mache. Auch wenn ich gerade. Hat eine Menge geholfen, Technik. Dankeschön. Ja, und das mit dem... Das auf jeden Fall. Und das mit dem Heck. Das sind zwei so ganz, ganz eigentlich Sachen, die ganz einfach zu bestellen sind, weil ich schon öfters gehört habe. Aber noch nie mich mit beschäftigt habe. Aber das bringt echt eine Menge. Das bringt Stabilität und Sicherheit ins Auto. Weil du nur ganz leicht antitschen musst, die Bremse. Und das Heck bricht nicht aus. Kannst du natürlich auch schneller fahren, die nächste Kurve. Weil du nicht nochmal gegenlenken musst. Das ist ein bisschen untersteuert, aber ich habe ein bisschen übertrieben. Okay, da weiß ich jetzt nicht. Fahre ich die aus oder innen? Ich mache mal 71. Ich save mal das. Feichern. Du musst deinen Namen eingeben. Gino. Gino. Sag doch noch mal, wie das Ding heißt. Dann lad ich mir das mal. Oder such das mal irgendwo. Äh, und habe ich gerade wieder vergessen. Ähm. Irgendwas mit 2.2 weiß ich nur noch. Substanding. Bei Race Department. Das ist ein schöner Ersatz für die, ähm, da kannst du ja auch die relativen Zeiten, also das, was du haben wolltest, mit den relativen Zeiten, die von der Default Assetto Corsa App nur so klein ist, was, äh? Kannst du dir wunderbar konfigurieren. Substanding 1.1 2015. Du sagst 2.2? Substanding Extended ist es dann. Okay. Substanding Extended 2.8 habe ich hier gefunden. Vom 24... Kann auch sein. 24. Juni 22. Kann auch sein. Okay. Wir gucken, wir gucken einfach mal. Okay. 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 Ich muss bald pinkeln. Ich muss immer noch pinkeln. Schon historia. Okay. Vielen Dank.